Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch. Heute mit dabei der Matze, der Dallee, der Martin und der Shadowhood. So, dann schauen wir mal, wie es heute läuft. Naja, wenn er sagt, heute ist ein guter Tag, um Chaos zu stiften, dann gucken wir mal. Nombani ist ein Drecksloch. Alles klar, machen wir. Zahn in den Gegner. Oh, das ist aber nicht so, ja, da hätten wir sogar Chancen. Von den Leveln her zumindest. Gerade eben waren die auch nicht. Doch, doch. Bisschen. So, wo geht ihr hin? Ich bleibe jetzt einfach mal hier an der Tür stehen. Wir wollen jetzt alle in diesem Gebäude aufhalten, nicht, dass die uns wieder umlaufen, ne? Also links sind zwei oder so. Ich mach jetzt mal hier Kamigaze. Ah, die Schnelle ist da. Drei. Zwei. Eins. Boah, warum hast du das zugemacht? Boah, wir stehen alle in der Mitte, Alter. Aber alle. Das sind 10 Sekunden, was denen fehlt. Yep. Das sind 10 Sekunden, was denen fehlt. Ja, aber wir haben jetzt circa einen Fall gemacht. Schön, dass er kommt nicht aus. Oh, sowas ist recht gut. Ja, lieber Teil raus wollen, dass Chris. Weiter, Achtung. So, einen hatte ich. Ich danke gerade. Tihihi. Einmal kurz Näschen pudern und weitermachen. Einmal kurz Näschen pudern und weitermachen. Ha, dieses Ha, noch. Komm, go, go, go. Oh, wie ich die gerade alle aus der Hand hergenommen habe. Alleine. Wow. Der Ulti. Ach, komm, wir wählen sich alle auf. Punkt zu, in der Gruppe. Der Fanzo, irgendwie. Sie sollen schon mal zu kurz. Der Dicke, der Dicke. Oh. Wir müssen nur die Calls machen, wo die ungefähr immer sind. Tracer, oben. Alle Regeln auf Angst, Lass. Oben, Mekki. Was, rechts hinter uns? Ich bombe weiter in die Mitte. Ich bin tot. Ich bin rechts von dir. Was? Was ist das? Hinter uns. Tracer. Tracer, down. Ich bin tot. Was? Jetzt bin ich gestorben, weil du mir nicht geholt hast. Ach, hinter uns, Alter. Ich war schon tot, als du das gesagt hast. Zwei Mekki's, ernsthaft? Ich bin gleich wieder da. Das ganze Mauer ist hier. Boah, hat der einen Luck. Ich hab schon ganz andere Sachen überlegen. Wir haben auch nur Fass. Alter, ich bin wieder da. Boah. Vorsicht gegenverkehrt! Boah, Matsch, du bist eine Pistmauer hier. Das bin nicht ich. Ja, so ein bisschen weit hinten. Ich bin Heiler. Abwarten. So, ich dachte du, dass das... Ich hab doch genug Sprit. Boah. Mist. Komm, L. Ja, ich hab's gesehen. Zu weit entfernt. Um, 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 um. Oh, der ist fast tot. Gebt mal auf den Ruder. Ich bin tot. Ach, leck mich doch. Der ist aber fast tot. Alter, Soldier hat ein Leben. Geht rein. Ah, mein Gott. Ich bin tot. Aber der hat den Punkt. Und ich nehm den noch nicht mal ein. Wow. Oben auf dem Dach. Shadow bei dir links. Ja. Der Auten kommt ja von rechts. Irgendwo ist ein Sniper. Oben ist ein Sniper. Sechs von dir, verdammt. Die hol ich mir. Ja. Den 1 zumindest. Oh, der Sniper. Eck, Kree. Mach's gut, mein Schätzchen. Großmärkrieg rechts. Oben. Fisch. Nahe Camper. Hinter uns. Noch 60 Sekunden. Nahe Camper down. Oh, von rechts und da. Holds up. Oh, mich gehört nicht. Die Stunde hat geschlagen. Da krieg ich oben. Achtung. Die Stunde hat geschlagen. Achtung. Toll schon holt sie. Die Stunde hat geschlagen. Boah, der Lacker. Die haben nicht. War das schon um die Ecke. Alter, wie gut wir das verteidigen. Das ist nicht gut. Komm, 30 Sekunden noch. Ich bin tot. Noch was nicht. Falls die jetzt in die Oberteilung kommen. Weiß das, ob das dann bei dem anderen Kosten weniger Zeit gibt bei denen? Ja, gibt's. Ja. Ja, jetzt geht rein. Oh, schade. Ach, komm. Ich hab eigentlich mal Bock, den Dings zu spielen. Wer ist das? Der Souljaber, wa? Der Topkno. Was kann der? Außer schießen? Raketen- Der hat einen richtigen Shooter. Ja, ist eher so, wenn du Shooter gewinnt bist, kommst du mit dem richtig gut zufrieden. Und was ist die E? Heilen. Was? Heilen? Er ist auch der beste Charakter, um sich ins DD, allgemein in DDR, einzuüben. Wo ist der Junge? Ich bin tot. Ich hab ihn noch geholt. Boah, das dauert ja 14 Sekunden, das hätte ich wissen sollen. Oh, da ist es nicht mehr! Gut gefangen, hab den Sniper. Okay, das war Highlight, das war Highlight. Na, hey, du willst mir schon wieder sein. Nein! Ach, hier ist schon viel. So, mach mich ein ohne. Brauchst du nur raufhalten, Alter. Boah, wie weit man jetzt glaubt? Die, 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 die steht grad am Spot. Nein, Mama, 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 Mia, Mama. Der tut die Rode. Der ballert mich ja auch grad hier ins nächste Universum. Haha, ist runtergefallen. Die Stunde. Weck du dir hier von da hinten. Hi! Der Tod. Mit noch, das war's. Ich bin bereit. Ah, scheiße. Und was ist, was ist Umschalt hast du bei dem? Aber, dass ich schneller darf. Boah, McFree, der verfluchte lag grad. Einfach nur spinnen. Mit 5 life kommt er weg. Das ist der klassische Shooter. Granate, Sturmgewehr, Sprinten. Ich merk das schon. Alles klar. Oh, ich bin direkt tot. Oh, McFree. McFree von rechts. McFree ist auch tot. McFree down. Mercy down. Jetzt zieh die aber durch. Na ja. Na gut, ihr habt ja grad mit einem weniger gespielt. Haha. Hanzu down. Achtung hinter, der Nahkämpfer. So. Der Junkie kommt wieder. Nahkämpfer down. Nice. Oben jemand. Und links. McFree ist das da oben. Ich hab dich im Visier. McFree stirbt doch, Mann. Hat der Tank. Fack ich nicht. Fack ich nicht. Aerial Soldier hat... Okay, er hat grad Ulti wundern. Ach, ich bin nicht. Fack ich bitte. 5 Minuten. 5 Minuten halten wir das jetzt. Ist nicht schwer. Ja. Vorsicht. Ich glaub da kommt oben einer. Da hat man rechts. Und ja. Es ist irgendwo... ... der Genji. Und so. Wir müssen hier jetzt runter spielen. ich bin nicht. Ich komm nicht. Das ist der Roller. Oh, ich hab ihn nicht. Oh, der ist fast tot. Der ist der Roller. Oh. Was ist der Roller? Nicht Leute. Ich hab ihn nicht. Und nicht. Kacke Mann. Sind doch alle fast tot. Holt ihn mal die Heilerin da zuerst. Aber ich bin so tot. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Ab gerade heiß, Genschi. Püppel, Püppel, man, Alter. Easy. Ohne Ulte. Diesmal. Ich hab Bronzen mit 8 Eliminierungen. Ich auch. Ich hab 22 in Gold. Ja. Noch 60 Sekunden. Schaffen wir. Kommen jetzt alle. Nein! Lotto, kauf, Mann! Schmack! Schmack! Nee. Komm von hinten. Komm von hinten. Eilerin down. Der Panzer-Ulti. Haltet die noch ein bisschen auf. Aber die auch geklecht sind. Der Kree kommt von rechts. Noch 30 Sekunden. Ja, der Ulti fahre ich schon mit allen mit Eltern. Ich hab auch Ulti. Ich will nur, dass die mal ein bisschen röst kommen zur Brücke. Kacke. Nee, Ulti. Boah, hast alle getroffen, Alter. Jetzt geht das alle abkühlen. Boah, das ist so gut wie down. Boah, das haben wir. Wir sterben. Hinter uns. Uri, Bartman. Äh, McCree. Mann, so Hans hab ich. Sind wir schon alle weg da, oder nicht? McCree, bitte den! Bam! Da war die entscheidende Mühne. Easy game, ist egal. Alter, wenn ich jetzt küsst, dann den Highlight hat er heulich. Nee, ich hab doch nicht getroffen. Ich drück Alt-F4. Ich drück Alt-F4, ohne Witz. Ich mach fort. Nee, ich hab ja gar keine Ulti getroffen. Ich glaub, das war sogar das UNO-Ulti. Obwohl... Vorsicht, Leute! Jetzt nutzt Frosty! Weiß er selber nicht mehr. Das war UNO-Ulti. Na, dafür mit der anderen Ulti. Nicht mit der eigenen Ulti, sagen wir so. Ja. Oh, der Kickler. Und er hat auch nur noch gestealt. Der war abkühlen. Der hat alle gestealt. Ja, 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 gestealt sagen sie. May hat er nicht alle eingebucht. Alter, May dreine. Ja, ja, ja. Da lädt er halt der Abstauber. Als Kurten-Türke muss man das machen. Oh, ich hab nur... Zehn Eliminierungen. 26. So, Rematch. Dann lass dich noch einmal zerstören. Ich glaub, fünf sind schon rausgegangen. Da kämpfen gegen einen. Fair. Fair as fuck. Neue. Ja, neue hier. So. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Soll ich jetzt lieber Reinhard nehmen oder wieder Rotor? Ja, ich glaub, Reinhard ist da besser wegen seinem Schild. Reinhard. Reinhard. Und wegen Sender. Reinhard. Und wegen den neuen Skin, den grün. Ah, jetzt will der den. Der Reinhard, der aus... Ich glaub, aus Hamburg kommt. Von der Stimme. Wenig offensive Helden. Ja, boah. Wir müssen doch eh... Ach ne, wer ist der Angriff? Heute ist ein guter Tag, um Chaos zu stiften. Ja, versuchen wir's mal. Mein Lieblings-Bahn, da hab ich immer was zu... Irgendwo ist immer 12 Uhr mittags. Irgendwo ist immer 12 Uhr mittags. So ein geistreicher Beitrag immer. Aber ich kann mich hier... Ich glaub, so ein 76 gewechselter Reinhard. Pass mal auf, jetzt jage ich mich hier selber hoch. Ja. Ist doch gut. Ich bin ja mit dem Tank. Ich hatte gehofft, dass er Tank spielen kann. Dann wechsle ich jetzt auch wieder. Ja. Also, ich hab schon einen... Einen Tod. In der Kräle-Kräme. Moment. Moment. Also, oben... Die haben einen Pfarrer. Ich würde von links raus rushen. Ja, lass mal... Alle jetzt nach links gehen sofort. Aber lass mich nicht zeigen. Stell doch nichts in rechts. Okay, ich geh mit Mann zu uns rum. Matze. Oben guckt schon eine nach links. Wir müssen direkt reinrennen. Sniper guckt links. Los. Nö. Die hat mich, hab ich. Als Erste. Kara down. Sniper ist... Hanzug. Hat er etwas tot? Er hat mich. Habt ihr Hanzug? Ja, dem bewegen zu an. Genji hab ich. Da ist ne Sniper alles. Achtung hinter euch. Rodhawk. Ja, ist da. Ah, ist kaum um die Ecke. Ich seh nicht mal einen. Mies. Rodhawk ist schon down. Oh. Oh. Ja, der steht erstmal AFK rum. Der hat mit dem Schuss getroffen. Ey. Ist er schon da, alter? Oh, Fahrer. Vorsicht. Fahrer ballert rein. Nein. Mach rein, aber die Schuss. Schnauze. Schnauze. Habt ihr eigentlich das normale Fadenkreuz gelassen? Ne. Dieses Kreischen, ja. Hm. Ich hab mich da auch nicht noch mal zu beschäftigt mit dem Wechsel. Weißen ist ja mal gewesen. Anfangs nicht so gut. Fahrer? Ich hab den Fahrer. Hab den Genji. Wir müssen den Heiler töten. Mir stirbt keiner weg. Wurde wiederbelebt. Nein, der hat mich... ...in meine Ulti gehuckt. Barm, Junge. Das war... Kommt her und lasst euch da. Genji-Herwe. Alter, ich hab grad einen anderen Fluch. Ja, ich bin mit meiner Ulti... Ich wollte den Tötender und... Oh. Der wollte eigentlich einen anderen hucken. Zu meiner Zeit sind wir die Fahrt längst abgeliefert. Oh. Oder Kai. Achtung. Boah, Alter. Die Ulti war noch krass. Boah, ich hab mich wieder runtergeballert. Ich bin so blöd. Die waren richtig gut, die Ulti-Marzen. Und bisste. Jetzt wird's mal sie. Ho, han, 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 ha, oah. Weggekommen. Fail, 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 fail. Ich mach' der Quizzug. Noob, noob. Komm, Genji. Rotog. Genzul ist mir im Moment. Da schon, Martin. Genji down. Rotog auch down. mercy down stimmt ja ich muss wieder anders spielen ich muss hier wieder hinterm fahrzeug bleiben und einfach vorballern ich hab kein schild wir haben zwei sniper kannst du schild aktivieren jetzt jetzt ja nein 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 ich will nicht achten sie haben die mann zwei genji down mann zwei um die ecke rechts auch genau reingerannt also bei so begleiten vom auto da muss ich echt einfach nur hinter dem schild stehen ja und da ist das so böse wir fahren auf den oben Achtung Gensi ulti oh sniper 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 jetzt wirds massiv und holen das ist doch ein lauschiges bett jetzt da bei versippen da kommen sie hab ich geholt ich hab irgendwann jetzt am besten den scheiß sniper typen martin brauchen wir jetzt war es da in der sniper ich treff den so immer mal wieder in meinem ja alles klar ja wieso ist das denn ich denn dort gleich schon ich bin tot wir müssen uns jetzt mal hier haben ganz schön hier ich bin tot ich bin tot wir müssen uns jetzt mal hier haben ganz schön wir müssen uns jetzt mal hier warum machst du nicht rein denn ich Chris Hein der war super lass doch mal was vorbereiten geht der weg wir müssen alle mal hier einmal nach hinten komm runter fähr doch wir räuchten nochmals wir müssen eigentlich warte mal ich hab ne idee ich hab den noch nie gespielt ja der geht nicht so auf den Sack Mann schäufe ist bei uns Dalle Mann schäufe hinter uns ich bin schon tot du bist noch Dalle ja ich dachte du bist der solcher ich sehe nicht auf den Arme die warum haben wir zwei mal rein ohne was christophers von der um oben bald bei uns sind zwei stück hinter uns ist sniper wir müssen einfach flocken und die müssen reinballern überall ist Genshin sniper wir werden wieder erlebt wir müssen uns jetzt einfach aufs auto setzen nach beiden seiten blocken aber so schnell da und ja einer muss erst blocken und dann der andere damit immer ein schild abwäßt ganz hoch Achtung Sniper ist im Spawn Achtung Sniper Vorsicht ab Hanzo Hanzo ist down ich bin nicht rein jetzt mir stirbt keine weg werde ich schon wieder holen verboten jetzt nicht rein ich begreite die fach halten wir sie in bewegung mit fünf zielen ja wo was ist denn schon was nach von hinten Sniper down. Was kann meine Ulti von Reinhard? Betäuben. Habe ich jetzt voll. Ja, wenn du rein kriegst. Nein, Mann, da sind alle. Da hättest du betäuben können. Ja. Achso, ja, schon gedacht. Vorsicht, da steht wieder Sniper am Spawn, Matze. Achtung, von links, Chris. Der Sniper wieder oben im Spawn. Gänze, wie sagt er? Matze, Achtung, links sind hier, ist der Sniper wieder drin. Ja. Da sieht man mal wieder, dieses letzte Stück da ist der Abstand am Spawn. Da müssten die eigentlich nur alle wegkriegen mit einmal. Die stehen da alle mit einmal. Hat jemand eine Ulti, die alle holt. Gänze von links, Gänze von links. Ich glaube nicht. Genau so eine Ulti meine ich. Feuer frei! Alter, weißt du, du bist ein Sniper, dann kommt der nächste da an. Gelaufen. Ja. Das ist einfach richtig. Ich habe eine Ulti. Und ausgekommen. Komm, jetzt ballern wir die da alle weg. Kneipen wieder im Spawn. Boah, der schlägt ja nicht. Der geht auch nie raus aus dem Spawn, der Fall. Der steht die ganze Zeit nur links im Spawn. Vorsicht oben, Fahrer. Ja, wenn es hilft, ja. Noch 60 Sekunden. Mann! Sniper wieder links. Aua, Sniper, Sniper ganz links. Ab. Jetzt müssen wir rein. Fight down von denen. 1, 2, 1, 0. So, Kyra. Das ist eure gerechte Strafe. Nein, mit dem letzten Stück hat's noch... Faradown. Komm, Klo, noch vier Meter. Wir haben noch mal gelesen. Vorsicht gegen! Boah, was? Eine Sekunde, Alter. Oh, Mann. Komm, wir müssen das auch noch vier Meter nach vorne kriegen. Ich bin grad ein bisschen hinter dem. Wir haben keine Zeit mehr. So, haben wir jetzt verloren. Ich bin drin noch. Ich bin auch noch drin. Geht mal rein. Jetzt geht mal rein, Jungs, bitte. Rent einfach nur rein. Ah, ich komm aber, wenn wir da sind. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also, ich hab's echt schon abgeschrieben. Ey. Ich hab die Gasminne noch reingeworfen. Ja, und ich bin noch mal reingerennt. Als Soldier noch mal reingerennt. Haltung einfach die ganze Zeit um den Wagen gelaufen. Das hat mich einfach keiner mehr gefangen. Wakateki Okurai! Ich hab dich irgendwie gesehen. Weiß denn, das sind die Noob-Hanzos, ja? Boah. Der war nett. Der war glacky short. Alter, 81 direkte Raketentreffer. Heftig. Ja, sind aber nur 33% davon. Das ist voll viel. Das ist voll viel. Das ist voll viel. Doch, doch. So, Goodie! Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein paar Kommentare da. Und wir sehen uns zur nächsten Runde. Bis dahin, macht's gut. Ciao! Ciao!